Die deutsche Kirche fühlt sich angepöbelt, beschimpft, gemobbt. Kardinal Meissner sprach vor zwei Wochen von einer grassierenden Katholikenphobie. Der ehemalige Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller hat vor einigen Wochen gesagt, dass hier eine Pogromstimmung gegen die Kirche herrsche. Gut möglich, dass diese angebliche Pogromstimmung auch die deutschen Bischöfe beschäftigen wird. Sie treffen sich diese Woche in Trier. Nur ich sehe eigentlich gar nicht, worüber Meissner und Müller sich so aufregen. Es gäbe ja allerhand zu kritisieren an der offiziellen Kirche, wie sie mit Vergewaltigten umgeht oder mit Geschiedenen oder dass sie den Mitarbeitern von Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern ihre Regeln aufbrummen darf. Übrigens fast alles Frauen. Die Kirche bestimmt, obwohl der Staat die Schulen, Kitas oder Krankenhäuser zu 90 Prozent bezahlt. Darüber könnte man sich wirklich schön aufregen. Aber kein deutscher Politiker verliert dazu ein Sterbenswörtchen. Warum eigentlich? Ich hoffe, dass der Autor und Journalistenkollege Carsten Frerk mir diese Frage beantworten kann. Er hat unter anderem das Violettbuch Kirchenfinanzen geschrieben. Guten Abend. Guten Tag. Herr Frerk, der Staat bezahlt, die Kirche macht die Regeln und die Mehrheit der Bevölkerung hält diese Regeln eigentlich für komplett daneben. Warum läuft kein deutscher Politiker Sturm gegen diese Macht der Kirche? Die Kirchen haben in Deutschland eine sehr große Macht. Immer noch, obwohl nur noch 20 Prozent der Mitglieder überhaupt an das glauben, was die Kirche so predigt. Aber keiner der Politiker wagte es bei Kirchenfragen zu berühren, überhaupt nicht anzufassen. Weil die älteren Politiker haben immer noch die Kanzelpredigten der 50er, 60er Jahre in guter Erinnerung, wo also die katholische Kirche aufgefordert hat, nicht die SPD zu wählen, sondern die CDU. Und deshalb fasst man das Thema überhaupt nicht an. Na gut, man kann sich ja vorstellen, dass bei der CDU die Leute sitzen, denen es irgendwie suspekt ist, der Kirche da an den Karren zu fahren. Aber bei der SPD, bei den Grünen, bei den Linken, da müsste es doch jede Menge geben, die ganz anders sozialisiert sind. Ja, gibt es sicherlich. Aber zum Beispiel bei der Linkspartei ist das so, obwohl die hat ja auch das ganze Spektrum. Der Bodo Ramolo liest ja jeden Abend seinem Sohn aus der Bibel vor. Es ist ja noch nicht so, dass das alles die Kirchenfresser wären. Aber Gregor Gysi hat ganz klar als Marschlinie für die Bundestagsfraktion herausgegeben, nichts gegen den Willen der Kirche. Aus Angst vor Stimmverlust oder warum? Nein, man möchte nicht unpopulär erscheinen. Denn alle Parteien, die Großen, fürchten, dass sie die regierungsbildende Mehrheit verlieren würden, die Kleinen unter die 5-Prozent-Fürde. Weil die Kirchen haben immer noch die Macht, 3-5-Prozent-Punkte an Wählerstimmen zu bewegen. Und die Grünen? Die könnten doch mutiger sein. Sie könnten jetzt mutiger sein. Nur es gibt im Bundestag so eine Regel, wenn man im Bundestag so im Mainstream erfolgreich ist, dann ist man in der zweiten Legislaturperiode entweder im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken oder bei der Synode der EKD. Woher kommt denn diese näher? Ich denke, sie ist von den Kirchen gewollt. Denn, kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, da gab es eine Fachtagung von einer Fraktion zur Frage, brauchen wir eine neue Balance zwischen Staat und Religion in Deutschland? Der Hauptreferent war Herr Schmude, ehemaliger Bundesminister, ehemaliger Präses der Synode der EKD. Und der sagte nach einem langen Vortrag, wenn die Fraktion oder die Partei nur darüber nachdenken würde, an dieser bewährten Partnerschaft etwas zu verändern, dann wird es zuerst auf die Partei zurückschlagen, bevor es die Kirchen erreicht. Aber das ist doch Panikmache. Also in Wirklichkeit ist es doch so. Warum? Ich meine, es gibt doch gar nicht mehr so viele Kirchgänger. Die Kirche hat doch gar nicht mehr diese gesellschaftliche Macht. Ja, es gibt so eine Haltung, die Kirchen tun doch so viel Gutes, eben mit Caritas Diakonie. Denn die wenigsten Menschen in Deutschland wissen ja, dass eben Krankenhäuser 100 Prozent staatlich finanziert werden und so weiter, dass die Kirche also nur zwei Prozent überhaupt von Caritas und Diakonie finanziert. Und dieser Nimbus sozusagen, das sind doch die Guten und die darf man doch nicht dann kritisieren oder sowas, ist doch in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch vorhanden. Aber dieses Diskriminierende, worüber wir ja auch sprechen, dass zum Beispiel eine Erzieherin, die geschieden ist und dann wieder in wilder Ehe mit einem Mann zusammenliegt, dass die eigentlich jederzeit gekündigt werden kann, das regt doch viele auf. Da könnte sich eine Partei, da könnten sich auch einzelne Politiker dranhängen. Warum tun die das nicht? Sind die zu feige? Das könnte man in dieser Form wirklich sagen, sie trauen sich nicht. Ob sie zu feige sind, das will ich nicht sagen, aber sie trauen sich nicht. Das ist die eine Seite. Und das andere ist, gerade weil auch der Rückhalt in der Bevölkerung so weit zurückgeht, ein Freund von mir, der so ein Militärfan ist, sagt immer, Rückzugsgefechte sind am härtesten. Und wenn Sie nur mal vergleichen, wie es in der vorigen Legislaturperiode und in dieser Legislaturperiode im Bund aussieht, dann sind diese Positionen der Kirchen- und Religionsbeauftragten von hammerharten Kirchenleuten übernommen worden. Ausnahme Linkspartei, da ist es ein Konfessionsfreier. Sonst interessiert es wahrscheinlich keinen, ne? Aber das ist eben diese facette Rückzugsgefechte. Die Kirchen merken, wie sie sich selber durch ihre Entscheidungen immer mehr in Diskredit allein schon bei ihren eigenen Gläubigen bringen. Das Beispiel mit den Krankenhäusern in Köln, die diese mutmaßlich vergewaltigte Frau abgelehnt haben oder mit den Kitas und so weiter. Da ist es ja das Kirchenvolk selber, die gegen den Klerus mobil machen. Und das ist etwas ganz Neues, diese Abgehobenheit des Klerus, der dann natürlich zur Politik die besten Verbindungen hat, alte Loyalitäten und so weiter. Und der Aufstand sozusagen der Basis gegen den eigenen Klerus. Also wenn es jetzt wirklich eine Partei gäbe, die sagt, wir wollen da was ändern am Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Ich stelle es mir dann ungeheuer kompliziert vor, an diese zahlreichen Konkordate ranzugehen, an diese Staatsverträge, die das Verhältnis regeln. Ist das vielleicht ein Grund, warum sich da niemand traut zu sagen, wir gehen es an? Das ist nicht kompliziert. Ein Konkordat kann man einfach kündigen und das war es dann. Wenn man den Willen hat, das sind ganz normale Verträge, das sind immer nur die Behauptungen, man könne das nicht. Was bräuchte man denn, um so ein Konkordat zu kündigen? Zwei Drittel Mehrheit im Bundestag oder wie läuft das? Zwei Drittel glaube ich nicht, es ist ja keine Verfassungsänderung. Es ist ja nur ein Gesetz zur Aufhebung des Konkordatus, das ist eine einfache Mehrheit. Aber diese Mehrheiten sind eben noch nicht da. Die christlichen Kirchen verlieren in Deutschland Mitglieder, sie verlieren auch Zustimmung und trotzdem trauen sich keine Partei, trauen sich keine Politiker der Kirche Kontra zu geben und ihre Macht zu beschneiden in Deutschland. Vielen Dank. Der Autor Carsten Frerk hat uns erklärt, warum das so ist. Danke Ihnen. Gerne doch. Danke Ihnen.